Guten Abend, ihr Lieben. Ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag voller Möglichkeiten in deinem Leben und wir schauen, was ich am morgigen Tag für dich zeigen möchte. Wundervolle Botschaften haben wir hier für dich. Der Sprung, Ekstase, Glückseligkeit und Glaube. Schau dir mal bitte, wie frei sich hier ist, irrelevant, wie du schaust. Einfach wirklich so dieses Freie, sich frei zu fühlen, Glückseligkeit zu leben. Ich werde dir jetzt einmal diese Karte im Detail näher bringen. Lehn dich zurück, genieße die kommende Minute. Es wird ein Moment kommen, in dem du dich auf erhabene und vollkommene Weise verbunden fühlst, in dem die schiere Lebenskraft des Universums direkt mit deinem eigenen Kraftzentrum verbunden ist. In diesem Moment und an diesem Ort befindest du dich in völligem Einklang und alles, was du dir je gewünscht hast, erfüllt sich in dir. Du bist genug, davon bist du wahrhaft überzeugt und deshalb schreitest du voran auf dem Weg zur tiefsten Sehnsucht deiner Seele. Diese Zeit naht nun für dich und du brauchst nichts weiter zu tun, als dir zu vergegenwärtigen, dass du genug bist und dich der Kraft der Energie zu öffnen, die dich schon so lange erreichen möchte. In diesem Moment gibt es keine Angst. In diesem Moment gibt es keinen Zöger. In diesem Moment schweigen die Einflüsterungen aus Familie und Gesellschaft und selbst die bruchstückhaften Aspekte deines Ichs treten in den Hintergrund und lassen die reine Verbindung zwischen dem Universum und seinem Fragment deiner Seele sich wieder festigen und die unerschütterliche Überzeugung wachsen, dass du gesegnet bist und diese Wunder verdient hast. Wenn diese Karte kommt, dann, meine Freundin, mein Freund, lass zu, dass du dich öffnest und die Kraft an dich aufnimmst. Die in diesem Moment, die deine ist. Es ist Zeit, sich zu verbinden und den Sprung zu wagen, wohlwissend, dass du, wenn du nur gut für diese Verbindung sorgst, sie aufrechterhältst und an sie glaubst, fliegen kannst du. Es ist kein großes Projekt und es geht auch nicht um weltliche Macht. Es geht um die Erfahrung, die wieder einmal beweist, dass du ein Kind des Universums und geliebt bist. Sei darauf gefasst, dass dein Glaube wieder hergestellt wird und bereit ist für die Ekstase, wenn dein Geist dich durchströmt. Erhellende Worte. Ich bin genug. Ich bin ein Teil des Wunders des Universums und ich werde geliebt. Ich warte nicht länger. Ich springe stattdessen dem Universum in die Arme. Wundervolle Botschaft. Schau, dass du, wenn du das möchtest, für die darauffolgenden Minuten die Worte einmal nochmal für dich nachsprichst. Ich werde es im Anschluss hier noch einmal mit hinzufügen. Diese Worte, wenn du damit arbeiten möchtest und schau, was geschieht. Du kannst auch abschalten, wie du das möchtest. Schau da rein auf dich und deine Gefühle. Gute Nacht. Ich bin genug. Ich bin ein Teil des Wunders des Universums und ich werde geliebt. Ich warte nicht mehr. Ich spüre stattdessen dem Universum in die Arme. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020